Der Auftrag Er kennt die Geheimnisse der Kriegskunst. Sein! Er vereinigt die Erfahrungen vieler Generationen. Er hat bei den Meistern kämpfen gelernt. Jetzt leitet er eine Spezialeinheit. Sie haben den Befehl, eine Verschwörung zu zerschlagen, die eine Bedrohung für die ganze Welt ist. Wer steckt dahinter? Wer? Der Löwe. Und wer ist das? Ein Millionär. Er hat sein Geld mit Drogen gemacht. An den kommt niemand dran. Der Auftrag Diese Männer sind unbesiegbar. Sie kennen keine Schmerzen. Ich brauche sie. Sie müssen mein Imperium verteidigen. Das schaffen sie! Die besten Kämpfer stehen sich gegenüber. Los, schränkt den Wacht rum! Ihr Auftrag lautet, die mächtigste Verbrechensorganisation der Welt zu zerstören. Und den Kopf des Syndikats zu fassen. Ein lebensgefährliches Unterfangen. Michael Dudikoff ist wieder im Einsatz. Zusammen mit Steve James. In Der Auftrag Der Auftrag Der Auftrag Der Auftrag Vielen Dank.